Seit nun 23 Tagen bereiten wir uns auf das Geburtsfest Jesu vor. Für mich ist die Zeit des Advents eine Zeit der Stille und der Besinnung, der Erwartung und der Hoffnung. In der heutigen Antiphon zum Magnifikat heißt es, O Immanuel, unser König und Lehrer, du Hoffnung und Heiland der Völker, O komm und schaffe uns Hilfe, du unser Herr und unser Gott. Hoffnung ist es, was mich den ganzen Advent hindurch begleitet. Hoffnung, denn Gott wird Mensch. Hoffnung, denn Gott lässt uns nicht allein, auch nicht in Zeiten wie die, in denen wir im Moment leben. Hoffnung, denn der Geburt Jesu bekräftigt er seine Zusage an uns, ich bin da. Diese Hoffnung schenkt mir immer wieder Kraft und Zuversicht für meinen Alltag. Und aus dieser Hoffnung heraus wünsche ich Ihnen allen schon jetzt ein gesegnetes Fest der Geburt unseres Herrn und Bruders Jesus Christus. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!